Neu. Maggi fix für China Pfanne. Ja, wenn es so richtig chinesisch schmecken soll, Maggi fix für China Pfanne. Mit Bambuschprossen und der typischen Würzung fehlt nur noch das Fleisch. Mit Maggi fix was tolles zaubern. Neu. Maggi fix für China Pfanne. Mehr exotische Rezepte und viele, viele andere stehen im neuen Maggi fix Mini-Kochbuch Band 2. Wir vom Maggi Kochstudio schicken Sie ihn gern. Gratis natürlich.